Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen auf dem Zeitkanal. Heute wo ganz anders, denn ich befinde mich auf Jakarta. Jakarta. Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall in Indonesien. Ganz spannend, locker, flockig. Ich bin mit Mats hier hingeflogen. Aktuell befinde ich mich in Quarantäne auf Jakarta. Heißt, ich muss noch ein paar Tage hier auf dem Hotelzimmer bleiben, aber bald bin ich raus. Und falls ihr mehr sehen wollt oder das Ganze mitverfolgen wollt, liebe Freunde, folgt mir auf Instagram. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Reaction. Denn Leni Marie hat ein Video hochgeladen. Meine geschätzte Kollegin Leni. Gleiche Fragen ein Jahr später beantworten. Und mir haben das voll viele geschickt. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht gibt es da sehr interessante Fragen oder warum schicken wir das alle wieder? Ich bin sehr gespannt. Wir gehen rein ins Video, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir schnackeln, fackeln nicht lang rum. Let's go. Disclaimer. Sorry, dass das Video erst jetzt kommt, obwohl es am 21.01. online kommen sollte. Ich habe es nicht früher gesch... Wie heißt du? Boah, habe ich mich erschrocken. Was denn? Ich muss mal hi und sagen. Achso, ich habe es doch vergessen. Hey, Leudings. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wenn ihr das Video heute seht, ist heute ein ganz besonderer Tag. Denn heute ist mein Geburtstag. Ich bin finally 17 geworden. Alles Gute nachträglich. Herzlichen Glückwunsch. Machen Sie es gut. Vicky ist, glaube ich, hinter der Kamera. Vicky stellt die Fragen. Mögen wir. Sind wir gespannt. Und ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, jedes Jahr an meinem Geburtstag ein Video hochzuladen, wo ich dieselben Fragen beantworte. Und das ist eine Reihe, die wir von Billie Eilish geklaut haben und die wir jedes Jahr weiterführen. Und ja, heute beantworte ich zum ersten Mal wieder die Fragen vom letzten Jahr. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Und ich bin sehr gespannt, was sich alles geändert hat. Und ja, let's go. Wie heißt du? Ich heiße Lena Marie. Oder Leni Marie. Jo, das ist ja auch so eine Frage. Die wird sich halt jedes Jahr ändern. Obwohl, stimmt, wenn man heiratet, dann heißt man... Nee, obwohl, sie hat ihren Nachnamen nicht gesagt. Wenn sie heiratet, heißt sie ja trotzdem noch Leni Marie, Lena Marie. Und Nachnamen? Den sage ich nicht. Okay. Ich heiße Lena Marie. Wie alt bist du? Also, wenn ihr das Video seht... Jetzt hat sie den Nachnamen gesagt. Verdächtig. Wird da bald geheiratet? Ich bin 16, aber jetzt gerade in dem Moment bin ich noch 15. Ich bin jetzt gerade 16, aber wenn ihr das Video seht, bin ich 17. Welchen Tag haben wir heute? Heute ist der 18. Januar 2021. Ich nehme mal so mein Handy mitzugucken kann. Heute ist der 20.01.2021. Ich bin ein bisschen spät mit dem Video. Bist du in einer Beziehung? Ähm, nee. Leider nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das bleibt ein Mysterium. Aha, 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 liebe Freunde. Ich weiß ganz genau, was ihr von mir hören wollt, aber ich weiß von nichts tatsächlich. Deshalb keine Ahnung. Ich kann dazu kein Statement geben und würde, ja, selbst wenn sie in einer Beziehung wäre und das nicht öffentlich machen würde, wäre ich der Allerletzte, der da irgendwas sagen würde. Aber yes. Wie viele Abonnenten hast du auf Instagram, TikTok und YouTube? Wurde ich kurz nachschauen. Also auf Instagram habe ich genau 1.436.111 Abonnenten. Ich hoffe, ich habe die Zahl richtig ausgesprochen. I have no idea. Auf TikTok habe ich ganz genau 724.879 Abonnenten. Maschallah. Maschallah. Aber ich habe noch einen zweiten Account oder meinen richtigen Account. Da habe ich 1,9 Millionen Abonnenten. Und auf YouTube habe ich genau weirdflexbro 92.045 Abonnenten. Sagt man die Zahl so? Ich weiß es nicht. Ich muss nachschauen. Aber ich kann es meinen Abonnenten nachschauen. Auf Instagram habe ich jetzt genau 1.467.882 Abonnenten. Auf TikTok habe ich genau 827.012 Abonnenten. Und auf YouTube habe ich 115.368 Abonnenten. Stabil. Bist du glücklich? Ja, ich bin sehr glücklich gerade. Alles super. Ja, ich bin sehr glücklich gerade. Es ist alles sehr gut gerade. Ja, ich bin very happy. Welches Bild hast du als letztes gepostet? Sie hat einfach genau die gleichen Wörter gesagt wie im letzten Jahr. Ja, sie hat genauso geantwortet. Ja, ich bin sehr glücklich gerade. Und danach hat sich glaube ich was verändert. Also danach war ein Unterschied. Aber daran merkt man, dass man immer noch der gleiche Mensch ist. Man sagt die gleichen Wörter, liebe Freunde. Kommt mal drauf klar. Das Geilste ist krass. Müssen wir uns erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das blende ich hier ein. Hier. Das war im Schnee. Das habe ich vor ein paar Tagen gemacht. Finde ich sehr süß, die Bilder. Leni hasst Schnee. Ich hasse es schwer, aber die Bilder waren schön. Blende ich hier ein, welches Bild das war. Was ist dein meistgeliketes Instagram-Bild? Oh, das weiß ich auch aus dem Kopf. Und zwar ist es dieses Bild hier. Das ist von mir und Eugen. Wann habe ich auf Dagi und Eugens Hochzeiten, da habe ich eine Rede gehalten. Und da habe ich angefangen zu weinen. Ich bin richtig sensibel. Und ich so, okay, ich darf nicht weinen. Ich darf nicht weinen. Ich sage so die ersten Worte. Ich habe direkt angefangen zu flimmen. Und da hat jemand einen Schnappschuss. Schnappsch. Ein Schnappschuss. Einen Schnappschuss von gemacht, wo ihr mich getröstet habt. Es hat 313.000 Likes. Also mein meistgeliketes Instagram-Bild ist gleich geblieben vom letzten Jahr. Also von auch wie davor, wie es immer war. Aber ich kann ja mal einblenden, was mein meistgeliketes Bild von letztem Jahr war. Ich habe vergessen, wo man das sieht. So, wo man das sieht. Hatte Insights. Ich blende euch jetzt das Bild ein hier, welches letztes Jahr am meisten Likes hatte. Und zwar hat es genau 171.233 Likes. Welches Video hast du zuletzt auf YouTube hochgeladen? Das ist das What I Eat in a Week Ferien Edition. Das letzte auf YouTube hochgeladen habe ich das Zeig uns, wo ich euch wieder ein paar Sachen von mir gezeigt habe. Part 2. In welche Klasse gehst du? Ich gehe gerade in die 10. Klasse. Ich gehe jetzt in die 1. Klasse. Boah, das ist auch so eine Frage, ne? In welche Klasse gehst du? Wenn das... Da verändert sich halt auch nur was, wenn man sitzen bleibt. So, ich gehe gerade in die 10. Klasse. Logisch geht man dann im Jahr drauf. Hoffentlich, wenn alles gut läuft. In die 11. Klasse. Das ist ja... Ja. In die EF, in die Einführungsphase heißt das bei uns. Ja, man ist chillig da. Ich mag es da. Das sind nette Leute. Natürlich ein bisschen anderer Lerndrücker, aber sonst ist nice. Welches Wort benutzt du am meisten? Warte. Boah, ich muss überlegen, ob ich das vielleicht sogar hinkriege. B-R-U-H, aber glaube ich nicht mal. Das hat sie aber schon relativ oft immer gesagt. Digger vielleicht? Digger sagt Leni auch oft. Fällt mir gerade auf. Digger sagt Leni oft. Ich sage sehr oft Alter. Alter, stimmt. Alter auch. Oder Digger sage ich auch oft. Das ist eigentlich gar nicht gut. Ich sage Digger. Das sage ich noch oft. Ich schreibe sehr oft. Ich kann nicht mehr, wenn ich lachen muss. Ich sage sehr oft Alter. Ich sage sehr oft Digger. Was sage ich noch oft? Man weiß es nicht. Genau, ich sage, ich mache sehr oft so. Man weiß es nicht. Brr. Ich sage richtig auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe einfach... Ich bin einfach gut. Obwohl wir uns jetzt 2021... Doch, wir haben uns 2021 schon gesehen. Doch, stimmt. Aber davor, die letzten Jahre... Also, die letzten Monate, letztes Jahr... Da hatte ich so viel zu tun. Und wir haben uns auch kaum gesehen. Also wirklich 0,0. Aber... Some people, you know how they are. Bro, das kann ich mal nur als Lieblingswort. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so am meisten. Gar nicht so gut eigentlich. Was ist dein aktuelles Lieblingslied? Okay, das kann ich glaube ich nicht beantworten. Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht mal, was mein aktuelles Lieblingslied ist. Ne, ne. Treibers License? Treibers License? Ne, das nicht. Ich mag das Lied sehr gerne, aber es ist mein Lieblingssong. Ähm, ich glaube überall von Celine. Das mag ich voll gerne. Das ist echt ein guter, guter Song. Mein Lieblingslied momentan ist Flugangst von Fordy. Das ist wirklich... Das ist so ein schöner Song. Ich liebe ihn einfach. Was sind deine Lieblingsklamotten? Meine Lieblingsklamotten, die ich momentan am liebsten trage? Auf jeden Fall meine Jordans. Ähm, die schwarz-weißen. Ich brauche hier mal ein Bild ein. Diesen Pulli mag ich mega gerne. Der ist von Fear of God. Und ich mag... Ich liebe diesen Schnitt. Ich habe mir noch einen in schwarz bestellt. Die haben so nice Sachen. Ich überlege gerade wegen Schuhen. Aber ich weiß es nicht. Welche Schuhe habe ich denn viel beobachtet bei ihr jetzt? Über Storys und so. Boah, waren auf jeden Fall keine Jordans, oder? Doch, Jordans? Die hellblauen Jordans vielleicht? Keine Ahnung. Mag ich mega gerne? Ähm, ja, das war's. Meine feilbrühe Klamotten sind Jordans an sich. Am Narkoi Karpfen, warum denn? Habe ich halt gerade keinen Bock drauf. Yes, thank you very much. Bye bye. Krass, Alter. Die haben einfach angerufen, um zu fragen, ob ich irgendwas brauche. Obwohl ich mich nicht gemeldet habe. Und ich brauche halt nur Papier zum Scheiße. Papier zum Scheiße und ne wen, ähm, was habe ich noch gesagt? Ah ja, Towels. Ähm, like Handtücher, liebe Freunde. Hm, wichtig. Aber bringen die mir das jetzt direkt, Alter, habe ich jetzt auch keinen Bock gleich nochmal aufzustehen. Ich bin einfach echt faul, Alter. In so einer Quarantäne ist man einfach faul. Ich liebe Jordans. Äh. Ich glaube, ich habe gerade nicht so ein Favorite-Kamotten-Teil an sich. Aber so, ich liebe Schuhe, ich liebe Jordans. Ja, sonst halt immer Hoodie so. Oder, oder, oder Zipp-Hoodies. Ich mag Zipp-Hoodies richtig gerne. Ich glaube, ich habe letztes Jahr so eine Love für Zipp-Hoodies entdeckt. Was ist dein Lieblingsessen? Ich glaube, Pommes. Pommes ist so All-Time-Favorite. Pommes geht einfach immer. Am besten sind die Meckes-Pommes. Lieblingsessen, Pommes. All-Time-Favorite, Leute. Ihr wisst es. Hä? Sie sagt einfach genau das Gleiche wie letztes Jahr. Ich finde das ein bisschen krass sogar. Also, sie sagt genau die gleichen Wörter. All-Time-Favorite, das geht immer. Hä? Wie? Immer Meckes-Pommes, Standard, sind... Doch, Meckes-Pommes sind einfach die Besten. Ohne Punkt und Komma, Komma, sagt man das so? Und Sushi. Sushi, Zempura-Sushi. Schon mächtig, sehr mächtig. Was hat dich letztes Jahr glücklich gemacht? Was habe ich letztes Jahr glücklich gemacht? Ich glaube, viele Dinge. Also, der Urlaub auf Ibiza hat mich sehr glücklich gemacht. Das war sehr, sehr schön da. Insgesamt hatte ich einfach letztes Jahr eigentlich eine ganz schöne Zeit. Ich habe viele neue Leute kennengelernt, viele neue Freundschaften geschlossen. Und ja, das hat mich sehr happy gemacht. Letztes Jahr glücklich gemacht haben mich sehr viele Dinge. Zum Beispiel, dass Nelio jetzt da ist. Aber auch sehr viele private Dinge in meinem privaten Leben, die mich sehr glücklich gemacht haben. Mich hat sehr vieles glücklich gemacht. 2021 war ein sehr, sehr... Ich bin auch ein Teil davon. Ich habe Leni auch glücklich gemacht letztes Jahr. War das letztes Jahr? Ja, ne? Doch, letztes Jahr. Doch, wir hatten schon so eine Phase, wo wir... Ich glaube, das waren Leni's Ferien. In Leni's Ferien haben wir es voll geschafft, uns öfter zu treffen. Das war richtig chillig. Wir waren Basketball spielen und so. Also, ähm, das war auf jeden Fall witzig. Das hat mir auch Spaß gemacht. Bin ich euch ja ehrlich. Soll ich meine Kamera eigentlich ein bisschen tiefer stellen? Ja, ne? Mach ich jetzt mal. Oh. Gutes Jahr für mich. Auf jeden Fall. Bereust du was? Ne. Also ich bin sowieso so ein Mensch, der keine Sachen bereut, weil ich denke mir so im Endeffekt lernt man ja daraus. Und das sind halt so Erfahrungen, die man sammelt. Und deswegen bereue ich eigentlich nichts. Ne. Ich habe auch davon nicht verstanden, warum ich es da reingetan habe. Ich verstehe gar nicht, warum ich es da reingetan habe, weil eigentlich brauche ich nie was. Also ich denke mir immer so, alles passiert aus irgendeinem Grund und vielleicht verstehe ich es nicht heute, aber vielleicht in zehn Tagen oder... Das ist aber schon ein geiles Format irgendwie. Also es sind verhältnismäßig langweilige Fragen. Also es sind so Fragen, die so, ja, die so wie Lieblingsessen und so. Das ist halt... Das verändert sich nicht zwingend jedes Jahr, ne. Das sind so Sachen, die sich nicht zwingend jedes Jahr verändern. Aber die Formatidee ist cool und es dann jedes Jahr zu wiederholen, finde ich an sich ganz witzig. An einem Jahr, deswegen bereue ich nie was. Everything happens for a reason. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin gerade bei Duggys zu Hause. In Duggys zu Hause. Ich bin gerade bei Duggys zu Hause. Ist mein Zeit, ist zu Hause. Aber ich bekomme keinen Schlüssel. Das ist sehr traurig. Ich will einen Schlüssel. Könnt ihr mal liken. Ja, liked mal, wenn ich einen Schlüssel bekommen soll. Bitte. Bei 10.000 Likes. Ich bin jetzt gerade, äh, hier. In meinem Zimmer. Zeig uns dein letztes Bild in deiner Galerie. Oh, okay. Das letzte Bild aus meiner Galerie ist aus der App Clubhouse. Das ist so eine neue App. Lul. Clubhouse, Alter. Das gab es ja auch noch. Mit wem haben mich da geredet? Da war ich ja auch drin. Mit Duggys, Sonny, Leni, Anne und Jan. Krass. Krass. Clubhouse, ey. Da war ich genau drei Tage online. Und dann war die App tot. Wie trendet, sag ich mal. Und da kann man so einen großen gemeinsamen Podcast halten, sag ich mal. Also da können ganz viele Leute rein. Und man kann über verschiedene Sachen reden. Und das ist ziemlich lustig. Ich war zuerst so, what the fuck, was ist das? Einfach schon funny. Und da ist einfach ein Screenshot mit ganz vielen Leuten, die in unserem Talk drunter waren. Ja. Ich bin gespannt, ob in einem Jahr das Clubhouse noch geben wird. Weil das kam ja jetzt. You never know. Weil das kam ja jetzt. Ich habe es heute entdeckt. Genau heute. Boah, da bin ich gespannt. Okay. Okay, das kann man einblenden. Okay, das letzte Bild ist ein Bild von Nelio. Das kann man einblenden. Neli, hast du was zu verheim... Habe ich gerade Neli gesagt, weil ich Nelio und Leni gemischt habe? Wow. Ich wollte gerade sagen, Leni, hast du was zu verheimlichen? Aber boom, das... Ja, stimmt. Ich gucke jetzt mal einfach kurz, was mein letztes Bild ist. Weil... Ja, okay. Mein letztes Bild ist ein Screenshot von einem Video, auf das ich reagieren will. Aber... Beispielsweise mein drittletztes Bild wäre ein Screenshot von meinem Konto von Ein- und Ausgängen, weil meine Steuerberaterin das gebraucht hat und ich hier über PC in Indonesien nicht auf mein Konto zugreifen kann. Und das wäre zum Beispiel ein Bild, das könnte ich nicht einfach einblenden. Das... Am Menachkollkarpfen. Also beschweren kann man sich da eher weniger, gell? Jaja, so ist das hier. Finde ich gut. Service wird hier groß geschrieben. Jetzt steht Klopapier auf meinem Balkon. Ähm, long story short. Viele denken halt jetzt bei dem Video von Leni, es geht halt um Boyfriend oder so. Weil sie die Frage so komisch auch beantwortet hat. Ähm, bei mir... Aber ich habe gar nicht so viele unangenehme Bilder oder so Bilder, die ich nicht zeigen könnte. Aber ich bin auch gerade in Quarantäne im Urlaub. Ich habe Bilder von Konten, E-Mails, Analytics, Essen. Ja, von mir, von Getränken. Ein Screenshot von Dahlia. Von Dahlia's Bild. Ähm, da kann man halt auch, wenn jetzt das Bild mein letztes wäre, dann würden sich voll viele fragen, hä? Warum, warum hat er ein Screenshot davon? Warum hat er ein Screenshot von Dahlia's Bild, wo sie Dior, äh, Augendinger hier drauf hat? Haha, nobody knows. And nobody will ever know. Habe ich vielleicht einen Crush auf Dahlia? Man weiß es nicht. Dann habe ich hier Kameras. Ja, es ist... Man kann da sehr viel reininterpretieren. Man kann da sehr viel reininterpretieren in meine Bilder. Deshalb, ich verstehe auch Lenis Punkt. Wir haben auch mal im Urlaub und so haben wir Fotodump gespielt oder wie das heißt. Fotoroulette. Das war so witzig, weil ich lösche Bilder mit meinen Ex-Freundinnen nicht. A, weil ich keine Zeit habe oder weil ich mir denke, so boah, ich verschwende jetzt keine fünf Stunden, damit meine Kamera-Roll durchzugehen. Und B, weil ich mir denke, warum soll ich die löschen? So sind ja auch Erinnerungen und scheiß drauf, ne? Und wir haben dieses Fotoroulette gespielt im Urlaub. Das war so witzig. Wir haben das in so einer gemischten Truppe gespielt. Und dann wird halt immer ein Bild angezeigt von irgendjemandem. Man weiß nicht von wem, aber man muss raten, zu wem dieses Bild gehört. Von allen, die in diesem Dings mitspielen. Und das war übel witzig. Übel witzig. Feiere ich sehr. Okay, long story short, liebe Freunde. Link zu Lenis Video ist in der Beschreibung. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns morgen wieder. Hier kommt jeden Tag um 18 Uhr ein neues Video. Also abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Würde mich sehr freuen. Und schaut auf dem Hauptkanal vorbei. Dort kommt jeden Tag um 14 Uhr ein Hauptvideo. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao.